Herzlich Willkommen zum Regionalwetter vom Wetterring Vorarlberg am 2. Februar 2017. Heute Morgen waren wir in der Nörbelsuppe und haben uns gedacht, wir haben unbedingt in die Höhe und wir haben sich gefunden, die Sonne oberhalb von Felke-Hanofels auf dem Schellerberg. Da hat sich früher schon warme Temperaturen um die 8 Grad und später hat sich der Nebel ins Unterland zurückgezogen. So ist es verbreitet von Lüchterstor über den Wallgau bis nach Feldkirch sogar bis zu 16 Grad warm geworden. Auf dem Satellitenbild sieht man aber schön, dass ein Tiefdruckgebiet immer mehr Wolken nach Vorarlberg transportiert hat und die Wolken sind am Nachmittag angekommen und haben die Sonne immer mehr abgeschleiert. Allerdings hat man im Unterland am Boden nicht allzu viel davon mitgekriegt, weil dort einfach der Nebel zu sehen war und mit der Sonne sie zum Kämpfen hatte. Heute Nacht wird es allmählich ruhiger mit dem Föhn. Es sind zwar in der Berg, vor allem mit dem südlichen Täler immer noch ein paar starke Föhnböe, so bis zu 70 Kilometer pro Stunde möglich. Der schwächt sich aber dann bis morgen in der Früh ab und so werden wir am Freitag wahrscheinlich gegen Mittag mit ein paar einzelnen Regenschauer rechnen müssen. Die Regenschauer werden aber nicht allzu lange anheben, weil gegen Freitagabend oder Samstag nach der Föhn schon wieder aufkommt. Es gibt noch einmal so einen Zwischenrevival, wobei der Föhn nicht allzu stark wird und auch am Samstag Nachmittag schon wieder zusammenfällt. Das heißt, es kommt neuerlich Niederschläge hin. Ja Achtung vor allem bei diesem Wetter. Jetzt sind zwar die Seher zum Teil noch gefroren, aber genau jetzt, wo es so warme Temperaturen hat, ist die Gefahr, dass man einbricht am höchsten. Danke für das schöne Bild an den Jog aus Feldkirch. Ja, am Sonntag ist auch sehr anwechslungsreiches Wetter in Vorarlberg zum erwarten. Es schauert immer wieder, zum Teil zorgt sich die Sonne und Schnee dürfte schon unter 1000 Meter fallen. Allerdings ein netter großer Niederschläge, die kann nämlich erst am Montag, da schneit es dann auch schon bis in viele Täler, vielleicht in Wallgau und sowieso im Unterfond Vorderland wird es schneier, eventuell sogar bis zum Bodersee, denn es kühlt immer mehr ab und so sind die höchsten Werte nur noch um die 1 bis 3 Grad in der Tallage. Am Dienstag noch ein paar letzte Schneeschäue oder früher, dann gibt es wahrscheinlich eine kurze Zwischentrockenphase und die dauert nicht allzu lang, denn am Mittwoch dürfte es der nächste Tiefdruckheinfluss bevorstehen und der bringt dann erneut Niederschläge bis in Lagen um die 5 bis 700 Meter auch als Schnee. Ja, mit einer eher fönnigen und später winterlichen Aussichten verabschiedet bewusst. Danke fürs Zuschauen, alle detaillierten Wetterinfos gibt es wie immer auf www.wettering.at und wir sehen uns beim nächsten Regionalwetter am Montag. Tschau miteinander!